Hallo zusammen und schön, dass ich wieder eingeschalten habe zu einem neuen World of Warcraft-Blog mit meiner Untrunkkriegerin. Wir sind mittlerweile 47 und schauen wir mal, was wir hier alles am Quest haben. Ja, guck mal, jetzt kriegen sie nichts. Und... Alles klar. Müssen wir nur mal gucken, wo müssen wir euch denn benutzen. So. Okay. Schauen wir gleich mal. Gorn. Alles klar, Gorn. Geben wir am besten mal hier runter und dann können wir die beiden auch mal, die drei auch mal ausprobieren. Ach, guck mal. Ja, dann. Wir sind zu weit entfernt. Aber wo kann ich die benutzen? So. So. Einmal alles. Und viele Soldaten des Doppel-Schwarms. Ach so, andere Richtung. Oh, da ist das Erz irgendwo, ne? Kann ich hier runterspringen? Ich komme einfach mit. Wartet mal. System. Sound. Musik ist doch ein bisschen laut. Das irritiert dann selbst mich. Aber jetzt haben wir sie ganz leise, ne? Ach komm, so ein klein bisschen. Klein bisschen Musik dürfen wir ruhig schon hören. So, wir müssen weiter hier rüber. Was haben wir da drüben? Mit Riegel. Da machen wir uns gleich drum. Harte Wunde. Was ist denn der dritte? Wann hat sich eigentlich drei? Ach, das steht hier. Bici. Blut und Dara. Da. Da. Ach, die Messer töten. Die Großen. Ja, dann. Was ist denn der Rest von denen? Ist gar nicht da? Na gut. Das sind alles die Kleinen. Wir wollen den Großen, ne? Oh, da war auch ein Betriegel. Ja, kam her. Ich bin außerhalb, bitte. Was? Falls ihr euch wundert, warum ich heute nicht ganz so gesprächig bin. Ich habe, äh... Und durch die Allergie, dadurch, dass es so schön warm ist, sind meine Nebenhöhlen nicht mehr dicht. Da, komm. Da wir ja jetzt eh das HT gerade aus Versehen verballert haben. So, holen wir jetzt das Metril. Und dann, gehen wir uns jetzt klein da holen. Ja, komm her. So, holen wir uns jetzt noch das Kraut. Dann gucken wir mal, wo ist denn der große Drache? Wo fliegt sie denn rum? War auch irgendwo hier in der Mitte, ne? Gerade eben habe ich sie noch gesehen. Hm. Keine Ahnung. Wo ist er? Hier sollte sie sein. Und wie gesagt, wir haben sie ja gerade noch fliegen sehen. Was ist die Dicke denn jetzt? Hat hier gerade einer? Ach da! Da ist sie! Jawoll! Da! 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 Na! Da! 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 So, damit haben wir die schon mal getötet. Das wird die anderen beiden töten. Ich glaube, einer, genau, einer steht da drin. Aha. Die stehen doch ein bisschen weg, ne? Wohl da. Hallo. Okay, den Drachen haben wir. Und jetzt müssen wir gucken. Ich glaube, da irgendwo... Ist der oben? Ja, der ist oben. Da waren wir vorhin doch nicht ganz falsch. Da. Wunderbar, da. Ja. Guck mal, so ein bisschen sind meine Helfer ja doch zu gebrauchen. Wenn sie mir nicht immer in die Finger rennen würden. Oh, guck mal, drei Stück. Ja, komm. Muss ja sein, die Animationen sehen ja mittlerweile echt gut aus. Ist der jetzt hier drin? Ich glaube, ja. Ich glaube, der steht oben, ne? Also, meine Stimme ist ja... Meine Güte. Na, wo bist du? Da ist er. Da ist er. Da steht er. General Giracca. Werde. Ich brauche ein Ziel. Ich brenne. Das ist aber in Ordnung. Nyxondra und zwölf von Nyxondras Brötlingen. Achso, und sie ist jetzt hier hinten, ne? Kann ich hier runterspringen? Bäm. Können wir hier auch? Oh, ich glaube, das würde nicht gut gehen. Da sollten wir, glaube ich, nicht unbedingt runterspringen. Hier ist schon mal. Ich bin ausgerechnet. Nein. Ich muss gerade sagen, wo sind meine Freunde hier? Wow. Fällst du mal dezent den Berg runter? Macht nix. Ja, was pulsen du jetzt hier alles zusammen? Ich muss näher ran. So. Ich weiß gar nicht, haben die ein Haus? So. Wie gehen wir an? Okay. so sind meine jungs hier da schon viele ein wunder dass mutti noch nicht vom himmel raskern ich hätte eigentlich gedacht dass mutti das einem übernimmt wo ist mutti da ist mutti mutti ist auch down gelege im ödland wo ist die nach dahinten die liebe wehr da haben wir ja auch schon so oft so wir werden jetzt hier einfach mal durchs feldige rennen oder auch nicht doch ich renne einfach mal weiter so wie komme ich jetzt zu rea rauf ich glaube da ach da sind meine freunde ja schon wieder hallo rea hat sie noch von rea runter gehen alter da bin ja mal gespannt rea zeig mir heute ganz mhm brust wie geht es bei dem kleinen baby du ungestümmer kleine welt ich weiß genau was du und die sterblichen vor bist du bereit zu sterben drachen sei gnädig mit dem ei gnade keine gnade dafür wirst du brennen drachen das todesschwinge geht aber oben war es ein bisschen buggy und und wir waren versteckt rea geschenk konntet ihr euch todesschwinges aufmerksamkeit entziehen mhm rea und das schwarze drachenei die du hatten vielleicht nicht zu fürchten solch glück sucht nach rea strazer genau wir sollen ja jetzt nach ihr suchen was bist du rumpla naja wir gehen jetzt erstmal gucken oh hier brennt alles was ist das verwüstung helden wenn ihr das hier lest war mein verdacht berechtigt todesschwinge hat uns gefunden das ei ist zerstört ebenso wie ich das war allerdings von anfang an der plan ihr müsst wissen das ei das todesschwinge zerstörte war nicht das ei das er suchte es war meins ok ja hier ist dann nichts mehr oh Doktor was machen sie denn hier braucht ihr hilfe ihr wart nicht die einzige sterbliche der sich das strazer anvertraut hat auch ich habe das vertrauen des drachen gewonnen ich habe bereits das echte gereinigte ei an einen sicheren ort weit ab von müllkland geschafft es wird weiter wachsen ohne dass todesschwinge seinen aufenthaltsort kennt die macht des roten drachenschwarms wird nur von seiner güte übertroffen ria strazars ria strazars letzter wunsch war es dass ich euch dies gebe ria's letztes ei ruft ria's kind das an eurer seite kämpft ich wünsche euch einen schönen tag Dankeschön am thorium vorstoßen der sengenden schlucht wie kommen wir da hin ach da sollte ich ja eh durch und wie kamen wir zur sengenden schlucht irgendwo hier ne ich glaube hier unten durch müssen wir mal gucken dr dr so ich würde dann glatt mal sagen boah habt ihr gerade gesehen wie meine maus hier rumschwackelt wir machen uns jetzt auf in die sengende schlucht gehen wir einmal durch neukargad ach die drachen sind ja immer noch da ich dachte die werden jetzt alle weg na gut wir werden jetzt genau einmal da lang irgendwo hier muss ein weg rüber rüber sein das ist allianz lager da wollen wir auch nicht unbedingt rein wir sind übrigens 48 nur so am rande nebenbei oh das hier ist das Lager Camp Keg aber wie kommen wir denn da rüber ich glaube wir müssen wir müssen auf jeden Fall ne irgendwo da lang irgendwo war hier ein weg irgendwo war ich kann mich nur nicht mehr dran erinnern wo müssen wir mal gucken hier ist auf jeden Fall die Höhle hier ist auf jeden Fall die Höhle hier ist auf jeden Fall die Höhle ne das wollten wir ja nicht da da zurück da ist der Weg da ist der Weg 3 Meter zurückreiten na gut na gut dann gehen wir jetzt nochmal den Ogan vorbei das Erz lassen wir jetzt alles da damit wir da ist es da ist es dann da ist es hier hier da ist es hier 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 aber auf in die sängende schlucht